So ungewöhnlich, aber auch ein Stück weit auch irrational, wie dieses Hochhypen war, so, glaube ich, hat er auch am Ende diese Kritik erlebt. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Martin Schulz hat nun wirklich die Extreme der Politik in kürzester Zeit mitmachen müssen, muss man ja sagen. Ich weiß, dass er damals, als er mit 100 Prozent gewählt worden ist, darüber gar nicht glücklich war. Das hat er sofort geäußert. Damit hat ja niemand gerechnet. Ich meine, um Himmels Willen, das ist noch nie vorgekommen in unserer Parteiengeschichte. Und ihm war, glaube ich, sehr schnell klar, dass das eine hohe Bürde ist. Und das blieb auch so in der ersten Zeit, dass er auch immer wieder gesagt hat, Leute, dieses Überbordende, dieses Überhöhende, das ist nicht gesund. Und so ungewöhnlich, aber auch ein Stück weit auch irrational, wie dieses Hochhypen war, so, glaube ich, hat er auch am Ende diese Kritik erlebt. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Was man ihm vorwirft, dass er diese Entscheidung, wir bleiben in der Opposition, revidiert hat, das ist, aus meiner Sicht steht das in keinem Verhältnis zu der Wucht, mit der er dafür kritisiert worden ist. Also, dass man ihn dafür kritisiert, ist völlig legitim, nur um das klarzustellen. Aber das war mit einer persönlichen Aggressivität und Häme und Wut gepaart in vielen Fällen. Das fand ich schon bemerkenswert, muss ich sagen. Da sprach sicherlich viele Enttäuschungen draus, viel Frust draus. Aber dass er das für sich persönlich als ein bisschen, ja, als übermäßige Härte empfunden hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hoffe, dass wir auf einenlichen Weil ich mich sehr gut nachvollziehen, dass ich jetzt noch einen Irritest behalte, weil ich sehr gut nachvollziehen, dass ich so auch bei vier Dingen lege, Ich hoffe, dass ich euch so gut nachvollziehen.